Hallo, heute melde ich mich mal sozusagen aus der Werkstatt. In diesem kleinen Studio hinter mir drehe ich normalerweise immer die MrWissen2go-Videos und in diesem Studio habe ich mich in den vergangenen Tagen auch ziemlich häufig aufgehalten. Grund dafür war logischerweise die US-Wahl. Ich habe ständig darauf gewartet, dass es ein Ergebnis gibt, so wie ihr auch, und als es ein Ergebnis gab, kam auf meinem Kanal ziemlich schnell ein Video online. Einige haben mich gefragt, wie konnte das denn sein? Hast du vorher schon gewusst, dass Joe Biden gewinnt? Ihr könnt euch das Video nochmal angucken. Die Antwort ist, nein, ich habe es natürlich vorher nicht gewusst, aber ich war vorbereitet für beide Fälle. Konnte man sich ja auch denken. Ich habe ein Video vorbereitet für den Fall, dass Joe Biden gewinnt und ein Video vorbereitet für den Fall, dass Donald Trump gewinnt. Das Video zu Joe Biden ist dann online gegangen, aber es haben mich auch einige gefragt, was ist denn mit dem Video zu Donald Trump? Sir Triggs schreibt zum Beispiel, wie sieht es denn mit diesem Video aus? Du hast es auch sicher vorbereitet. Kannst du das vielleicht nicht auch noch online stellen? Und ich habe lange überlegt und gedacht, naja, klar, irgendwie wäre das ja auch interessant mal zu erfahren, was wäre denn gewesen, wenn? Es gibt bei mir auf dem Kanal ja auch die Reihe, was wäre, wenn? Jetzt hat Joe Biden eben mehr als 270 Wahlleute, aber zum einen ist das noch nicht zu 100% sicher. Das Video dazu findet ihr, wenn ihr hier oben klickt. Und zum anderen ist so ein Gedankenspiel ja auch ziemlich interessant. Und deshalb bekommt ihr hier das Video, das ich vorbereitet hatte, will ich nochmal betonen an der Stelle, es war vorbereitet für den Fall, dass Donald Trump gewinnt. Ein fiktives Szenario sozusagen. Viel Spaß. Donald Trump hat es allen gezeigt. Er hat es den Menschen gezeigt, die Umfragen machen, den Menschen, die Umfragen glauben und allen anderen, die gesagt haben, dieser Mann wird künftig nicht mehr US-Präsident sein. Donald Trump hat gewonnen gegen Joe Biden und Kamala Harris zusammen mit seinem Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence. Damit hat er also recht behalten. Er hat gesagt, ich werde weitermachen. Ganz klar. Aber was bedeutet das jetzt, wenn Donald Trump auch in den kommenden vier Jahren im Weißen Haus im Oval Office sitzen wird? Welche Folgen wird das haben? Hier eine kleine Analyse. Man könnte es nicht ganz einfach machen und sagen, es wird alles weitergehen, die bisher. Denn Donald Trump bleibt ja im Amt. Und das ist auch gar nicht so falsch. Denn Donald Trump hat gesagt, ich werde meinen Kurs fortsetzen. Vieles von dem, was ich angefangen habe, werde ich zu Ende bringen. Und er hat auch direkt zu Beginn seiner ersten Amtszeit gesagt, naja, also vieles von dem, was ich jetzt hier anstoße, das wird eine Weile brauchen. Und deshalb hat er auch direkt nach Amtsantritt schon gesagt, ich werde beim nächsten Mal wieder kandidieren. Deshalb kann man davon ausgehen, dass seine grundsätzliche politische Linie sich nicht ändern wird. Aber ich glaube, es gibt trotzdem insgesamt vier Dinge, die jetzt in den kommenden Monaten und auch in den kommenden Jahren wichtig werden und die wir erleben werden. Nämlich diese hier. Das erste ist eine wirtschaftliche Erholung und unter Umständen auch ein wirtschaftlicher Aufschwung. Klingt erstmal komisch, wir befinden uns auch mitten in einer Krise, bedingt durch Corona. Aber man kann es schon jetzt an den ersten Reaktionen von großen Unternehmen und auch an der Börse sehen. Da freuen sich sehr viele, dass Donald Trump wieder gewählt wurde. Der Donald Trump gilt als sehr wirtschaftsfreundlich und hat auch sehr wirtschaftsfreundlich gehandelt in den vergangenen vier Jahren. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video hier. Er hat Regularien abgebaut, er hat andere Vorgaben abgebaut, die Unternehmen im Weg standen. Und vor allem hat er massiv Steuern gesenkt für Unternehmen und Gutverdiener. Und genau deshalb könnte es sein, dass die Wirtschaft jetzt sagt, okay, super, jetzt haben wir die Sicherheit, wir haben weitere vier Jahre unter Trump, jetzt geben wir weiter richtig Gas. Donald Trump hat auch massive Investitionen angekündigt in die amerikanische Wirtschaft und er möchte sein Prinzip America first weiterführen. Und da hat er schon gesagt, das geht vor allem, indem wir Lieferketten aus anderen Ländern in die USA holen, indem wir den Standort USA sehr wichtig, sehr groß, noch größer machen und damit mehr Jobs schaffen. Und auch davon kann man ausgehen, dass die Arbeitslosenzahlen, die zuletzt wegen Corona sehr stark nach oben gestiegen sind, wieder ein Stück weit fallen werden und dass sich das Land wirtschaftlich erholen wird. Diese relativ nationalistische Wirtschaftspolitik könnte aber auch zu Punkt zwei führen, nämlich die USA werden sich international zunehmend isolieren. Man hat ja schon immer wieder gemerkt unter Donald Trump, dass internationale Abkommen für ihn weniger wert sind, sondern dass er mit anderen Ländern, man sagt immer bilateral Abkommen schließt und keine großen Abkommen mit vielen anderen Staaten. Zum Beispiel hat er sich zu Beginn seiner Amtszeit kritisch über die NATO geäußert, aber immer wieder auch über die Vereinten Nationen, über die Weltgesundheitsorganisation oder andere internationale Organisationen. Es ist nicht auszuschließen, dass die USA unter Donald Trump aus einigen dieser Organisationen austreten werden und mehr mit einzelnen Ländern verhandeln wollen, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer Ebene. Und das könnte dazu führen, dass sich die USA immer weiter isolieren. Die USA gelten ja mal als Weltpolizei, die immer überall eingreift. Das wird weiter zurückgehen, das hat man ja unter Donald Trump in den ersten vier Jahren auch schon gesehen. Und deshalb werden andere Player aufs Tableau kommen. China ist ja gerade schon dabei, eine neue Weltmacht zu werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass unter Donald Trump in den kommenden vier Jahren China noch wichtiger wird, weil sich Donald Trump eben vor allem auf das eigene Land konzentriert. Bedeutet aber gleichzeitig auch, weniger US-Soldaten im Ausland, vermutlich noch weniger US-Soldaten. Man kann davon ausgehen, dass Donald Trump weitere Soldaten aus anderen Ländern zurückziehen wird. Und damit sind wir beim dritten Punkt, der damit zumindest indirekt zusammenhängt, nämlich Klimaschutz ohne die USA. Donald Trump hat immer wieder gesagt, also Klimaschutz hat für mich überhaupt keine Priorität. Überhaupt ist das, was da gerade mit dem Klima passiert, nur Wetter. Das wird sich alles später wieder ändern. Deshalb verschiebe ich meine Prioritäten in andere Richtungen, zum Beispiel Jobs und Wirtschaft. Und das hat man auch gemerkt, zum Beispiel ist er aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Er hat verschiedene Umweltregularien aufgeweicht oder zum Teil auch ganz abgeschafft, hat die Umweltbehörde im Land geschwächt, sodass sie kaum noch Budget bekommen hat und hat eben diese Gelder in eine andere Richtung geschoben. Joe Biden hat gesagt, ich möchte zwei Billionen US-Dollar in den Klimaschutz investieren. Da hat Donald Trump gelacht und gesagt, nein, das Geld können wir für andere Dinge besser gebrauchen. Man kann davon ausgehen, dass auch auf internationaler Ebene die USA künftig kein Partner sein werden, mit dem man Klimaschutz vorantreiben kann, sondern dass die USA da eher blockieren werden und andere Prioritäten setzen. Donald Trump hat zum Beispiel gesagt, Fracking bei uns im Land ist ein wichtiges Thema, das schafft Jobs und das sorgt dafür, dass wir weiterhin Energie haben. Und das sind die Dinge, auf die Donald Trump künftig setzen wird. Nationale Gewinnung von Energiequellen, auch regenerativen Energiequellen und auf der anderen Seite noch weniger Klimaschutz. Und damit sind wir beim vierten und letzten Punkt, der vielleicht ein bisschen abstrakt ist, nämlich weitere Abkehr vom politischen Establishment. Donald Trump hat sich ja immer wieder als jemand präsentiert, der von außen kam und, wie er gesagt hat, den Washingtoner Sumpf trockenlegen wollte. Und das stimmt streng genommen auch. Donald Trump hatte nicht 20, 30 Jahre lang irgendwelche politischen Ämter, ist nur mit Politikern essen gewesen, hat sich nur mit Politikern umgeben, sondern er kam aus der Wirtschaft, von außen. Und hat auch eine neue Form der politischen Kommunikation aufs Tableau gebracht. Wurde dafür auch mal wieder kritisiert. Andere haben ihn gelobt dafür, dass er eine direkte Sprache spricht, eine einfache Sprache. Und viele Menschen haben gesagt, jetzt verstehe ich endlich mal meinen Präsidenten. Auf der anderen Seite hat Donald Trump aber auch dafür mitgesorgt, das habe ich in diesem Video hier auch gesagt, dass die gesellschaftliche Spaltung in den USA zugenommen hat. Ein sehr konfrontativer Politikstil. Die beiden großen Parteien in den USA, die Demokraten und die Republikaner, sind zum Teil bis aus Blut verfeindet gewesen. Und das wird sich jetzt auch noch weiter ausprägen, vermute ich, unter Donald Trump, weil er eben seine Politik fortsetzen wird und weil er jetzt eine Bestätigung bekommen hat für diese Politik und sagt, jawohl, das ist genau das Richtige. Als Präsident aller US-Amerikaner ist klar, dass er sich sowieso nie so richtig gesehen, sondern als Präsident derjenigen, die ihn mögen, die ihn gewählt haben. Minderheitenpolitik ist bisher auch nicht das große Thema von Donald Trump gewesen, wobei man sagen muss, dass unter ihm Schwarze und Hispanics mehr Jobs bekommen haben als unter Barack Obama, auch darum geht es in diesem Video hier. Aber das ist vermutlich eher ein Nebeneffekt gewesen. Donald Trump verfolgt eine ganz klare Politik für seine Klientel, die bedient er, für die kommuniziert er und das wird sich vermutlich auch weiter so fortsetzen. Und damit unter Umständen auch die gesellschaftliche Spaltung. Das heißt unterm Strich, alles bleibt erstmal wie bisher. Zumindest kann man davon ausgehen. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied, nämlich Donald Trump wird weitere vier Jahre im Amt bleiben. Als er ins Amt kam, haben wahrscheinlich viele Staats- und Regierungschefs anderer Länder gesagt, naja, okay, das sind jetzt vier Jahre und danach wird eh wieder alles anders, aber jetzt bleibt er weitere vier Jahre. Man muss sich jetzt arrangieren, man muss sich auf den Stil und auf Donald Trump als Person noch mehr einlassen und auch auf seine Politik noch mehr einlassen. Und da wird es jetzt vermutlich eine Verschiebung in verschiedenen Bereichen geben, auf politischer, auf wirtschaftlicher Ebene. Und man muss sich gewöhnen an Donald Trump. Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte das spätestens jetzt machen, weil es eben noch vier Jahre unter ihm weitergeht. Ja, das war also das Video, das ich vorbereitet hatte für den Fall, dass Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gewinnt. Und es gibt ja tatsächlich einige Leute, die daran glauben, dass es Donald Trump noch schafft. Zu diesen Leuten gehört Donald Trump auch selbst und zumindest eine kleine Wahrscheinlichkeit, eine kleine Möglichkeit gibt es noch, dass Donald Trump was erreicht. Wie gesagt, habe ich in diesem Video ja genauer ausgeführt. Deshalb die Frage an euch. Glaubt ihr, Donald Trump hat doch noch eine Chance, was zu erreichen vor Gericht, mit anderen Dingen, auf anderen Wegen? Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, eure Einschätzungen dazu. Danke schon mal dafür. Danke fürs sachliche Diskutieren. Es gab einige unsachliche Kommentare unter den letzten Videos, aber das ist bei so einem Thema ja üblich. Also in diesem Fall danke dafür, dass ihr sachlich bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.